Ja, es waren nicht nur die Schlümpfe, es waren eben noch ein paar andere Videos, aber egal. Es war nicht strafrechtlich relevant und deswegen muss man auf jeden Fall nicht die Polizei rufen. Und das muss ich einem Schulleiter eben auch sagen, selbst wenn er irgendeine komische Anordnung aus dem von der Linke geführten Landesbildungsministerium die Anweisung erhält, immer die Polizei einzuschalten, wenn man sich nicht so ganz sicher ist. Das war ganz sicher kein Punkt, um die Polizei einzuschalten. Es ging offensichtlich nur darum, die anderen Schüler alle einzuschüchtern, damit sie demnächst die Schere im Kopf haben und solche Posts gar nicht mehr absetzen. Sie wollen sie alle auf Linie trimmen, wie wir es früher hatten, aber das wollen wir nicht.